Wir stellten fest, dass das Buch echt ist und dass das Grab von St. Markus von den Venezianern geplündert wurde. Der Leichnam wurde nach Venedig gebracht, damit die Stadt ein eigenes Bistum gründen konnte. Soweit sind sie auf dem richtigen Weg. Bestimmen das Alter der Leichen und können bestätigen, dass es der Körper von Alexander den Kursen war. Dies ist eine Nachricht von außerordentlicher Tragweite. Wir werden eine Unterschriftenkampagne durchführen, bis der Vatikan dem internationalen Druck nachgibt und uns erlaubt, Licht in eine Schlüsselstelle der Geschichte zu bringen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 idas